Willkommen zurück auf meinem Kanal. Regeländerungen für 2019. Ab der kommenden Saison soll es ein Signal geben, wenn ein Rennen beendet ist. Die schwarz-weiß-karierte Zielflagge wird zwar bleiben, aber ein elektronisches Display in schwarz-weiß-Optik beendet das Rennen dann ganz offiziell. Das ist aber nicht die einzige Erneuerung. Eine weitere Neuheit wird ein einheitlicher Punkt sein, der das direkte Überholen nach dem Abbiegen des Safety Cars in die Boxengasse nach einem Restart bestimmt. Außerdem sind die Teams ab 2019 für ihre Boliden verantwortlich und müssen vor der ersten Auswahl eine gewisse Erklärung vorlegen, dass ihr Bolide alle Sicherheitskriterien erfülle. Weiterhin wurden die Regeln bei den Rückspiegeln überarbeitet. Diese sollen in den Artikeln 3.6 und 14.3 festgehalten werden. Auch bei den TV-Bildern werden aller Voraussicht nach neue Kamerapositionen zum Einsatz kommen. Des Weiteren werden am Heck des Boliden aus Sicherheitsgründen Rücklichter in den Endplatten der Heckflügel installiert und auch der Halo wird wegen eines möglichen Unfalls leicht verändert, um den Fahrer zu befreien. 2019er Kalender ist offiziell. Die 4 hat den Kalender für die nächste Saison offiziell bestätigt. Wie auch in diesem Jahr ist die Reihenfolge gleich, abgesehen von den Grands Prix von den USA und Mexiko, die werden vertauscht. Die 2019er Saison beginnt im Vergleich zu dieser Saison eine Woche früher und endet erst im Dezember. Beim Brasilien Grand Prix gibt es ein neues Sicherheitskonzept nach den Übergriffen auf Teammitglieder. Beim USA Grand Prix am 3.11.2019 muss der Nationale Motorsportverband nur noch zustimmen, die anderen Grands Prix sind bereits fix. Und jetzt schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!